moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen pile abglück zeigen auf der karte firebase z und zwar wie ihr seht versammeln sich die zombies alle hier vorne auf der treppe und ich zeige euch jetzt wie ihr hier rein kommt und zwar müsst ihr erst mal zum datenzentrum im oberen stockwerk dann geht ihr hier an die maschine wo ihr auch die essenz fallen bekommt und geht gegenüber hier auf den tisch geht da am rand leute springt einmal hoch und pushen ein kleines bisschen nach vorne so dass ihr auf der kante des tisches seid und die zombies versammeln sich dann vor euch ihr könnt ihr auch zwischendurch runtergehen leute den loot aufsammeln und dann ganz leicht wieder drauf ich zeige euch das noch mal leute geht hier am rand springt einmal hoch und pusht ein kleines bisschen nach vorne so dass sie auf der kante des tisches landet und die zombies versammeln sich direkt vor euch das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal